Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 15. Januar 2021. Wie sich herausstellte, hat Crass Kids ein Loch im Zahn. Wie man hier erkennen kann, haben sich im Zahn von Crass Kids Bakterien breitgemacht. Berichten zufolge hat Crass Kids vergessen, sich die Zähne zu putzen, nachdem sie jede Menge Schandmäler und French Toast verzehrt hatte. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich bin wirklich nicht interessiert. Da krieg ich glatt gute Laune. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Hasebömi. Der 15. Januar war das Sende-Datum dieser Mi-Nachrichten... Oh mein Gott.